Hallo und herzlich willkommen zurück zu VARO 2 mit dem Maudado und dem Join schon drauf. Dado, Zombie, hallo. Ich join auch schon drauf, hallo. Hey, ho, what's up. Hallo. Okay, gleich spawn. Okay, gehen wir mit. Ja gut, gehen wir. Oh nein, ich erinnere mich. Was? Das Problem mit dem Inventar. Ich erinnere mich zurück. Ja, mein Inventar ist gerade leer. Mein Inventar ist gerade recht leer. Okay. Wir haben uns überlegt, dass wir die Folge einfach mal benutzen, um einfach mal aggressiver zu spielen. Eine Folge. Ja, also wir gehen sterben. Ja, aggressiver spielen aka wir gehen sterben. Deswegen nehme ich einfach mal alles mit. Hä? Wie konnten wir eventuell Platz haben? Ich kann irgendwie alles mitnehmen. Ja, weil wir davor alles hier reingemacht haben. Hast du noch Platz? Ja? Willst du... Äh... Die zwei Diamanten nehmen? Und ich nehme dafür das Spinnenauge? Äh... Welche Spinnenauge? Äh, ich nehme das Spinnenauge und du die zwei Diamanten oben links. Hä? Ah, jetzt! Okay, die Diamanten war gerade bei mir nicht da. Okay, äh... Die brate ich ganz schnell. Dann habe ich auch ein bisschen mehr Platz. Wenn wir jetzt sterben, brauchen wir auch kein Goldohr. Nein, nein, nein. Es geht um den Platz im Inventar. Wir haben noch Zeit und warten auf dieses eine Gold, was jetzt noch drin ist. So viel Zeit muss sein zum May. Hast du die drei Goldäpfel? Hast du drei Goldäpfel? Äh... Was? Nein, ich habe keinen einzigen Goldäpfel. Ja, drei Goldäpfel. Ja, wir haben es, glaube ich, letztes Mal zusammengelegt und ich habe sie dann wieder aus der Kiste genommen, aus Angst, dass sie jemand klaut. Okay, gut. Wir haben anscheinend alles. Ja. Und können losgehen. Äh, ich habe keine Spitz. Richtig nervös. Uh, keine Spitzsack, aber die tue ich mal statt dem schlechten Schwert hin. Hast du meinen Wassereimer? Nein, der liegt in der Kiste drin. Okay, ich habe einen Eimer, der unbefüllt ist, also habe ich gar keinen Wassereimer. Wer braucht Wassereimer? Also hole ich mir gleich noch einen. Ja, wir gehen jetzt einfach mal zum Spawn und schauen, was passiert, wenn wir nichts schaffen, dann können wir einfach in die Hölle gehen und Level fahren. Ähm, ja, ich meine, also ich habe halt gesagt, Maulat hat gesagt, ja, wir gehen Level fahren oder wir gehen Bücher verzaubern oder so. Ich habe halt gesagt, nö, wir gehen jetzt einfach raus und töten. Oder sterben. Ja, oder sterben. Weil wir irgendwie jede Folge bisher immer nur irgendwo unten rum gedümpelt. Wie kommt man nach draußen? Äh, andere Seite. Danke, dass du so sagst. Ich habe gedacht, du weißt, was du tust. Nein, ich habe gegen Stein geschlagen. Hier haben wir zugebaut, ne? Ich weiß nicht, du hast zugebaut. Oh Gott, bin ich nervös. Naja, gehen wir einfach in die Mitte und gehen sterben. Und wenn da niemand ist, dann können wir in die Hölle gehen. Welche Richtung ist Mitte? Äh, 0,0, ich weiß es nicht. Nach da wahrscheinlich. Äh, ja, unter anderem also nach rechts und nach vorne. Ja, okay. Rechts vorne, kann ich mir merken, gerade so. Ist wahrscheinlich eh keiner. Die schreiben wahrscheinlich einfach alle nur. Ja, damit wir Zeit verschwinden. Ja, was heißt Zeit verschwinden? Ich habe ja so oder so gesagt, wir laufen rum und suchen Leute. Wir hatten so oder so Vorzeit zu verschwinden in der Folge. Also, Dena will nächste... Hä? Wieso verabreden die sich in der Mitte? Ja gut, alle sind mittlerweile gut equipped wahrscheinlich und wollen sich einfach nur noch hauen. Äh, 3. Ich mache es einfach mal wieder auf. Besonders, hä? Wie oft, warum unterhalten die sich? Äh, über einen Kampf, obwohl wir auf dem Server sind. Als würden sie so eine Dreierkonferenz... Ja, richtig, das ist eine Falle für uns. Ich glaube irgendwie nicht, so wie die... Genau, die haben es geplant. Wir schreiben jetzt hier hin und her. Ja, richtig, dass wir in die Mitte gehen. In der Hoffnung, dass wir hingehen und jetzt greifen sie uns zu viert an. Nein, Teams sind verboten, immer noch. Ah, guck mal, da ist irgendwas. Was ist das? Hä? Cobblestone. Ja, und? Und eine Kiste. Uh. Uh. Uh, von welchem Team? Oh, die ist sogar markiert. Das ist Bürofalle, stell vorsichtig. Das ist Taddle. Oh nein! Eine, eine Grabstätte. Eine Grabstätte. Geh weg. Das ist ne Bombe. Ne Bombe. Warte mal. Hä, warte mal. Bleib mal stehen, bleib mal stehen. Wenn die sich jetzt ernsthaft da treffen... Äh, wann haben die in die Skype-Confi geschrieben, dass sie anfangen? Magst du kurz nachgucken? Äh, meine Zeit ist doch verbuggt, ich sehe es nicht. Nein, in Skype gucken? Ja, nein. Meine Windows-Zeit ist verbuggt. Deswegen ist die Uhrzeit immer falsch. Dann dörf mich, dann dörf mich einfach. Ich dörf dich. Äh, äh. 27 vor 10 Minuten. Die haben nur 5 Minuten. Nächste Folge. Wollen die sich betteln? Na, bis nächste Folge haben wir keine Zeit. Obwohl, wir können ja eigentlich auch mehr Folgen aufnehmen. Hä? Aber wie riskant ist denn das? Wo bist du hin? Hä? Ich bin direkt vor dir. Motado. Renn doch nicht weg. Ich seh dich nicht. Du warst bei mir ja unsichtbar. Nein, du bist genau im Kreis um mich rumgelaufen und umgedreht. Okay, darüber. Machen wir, oder? Okay. Ja. Weiß ich nicht, was wir... Hä? Das ist so... Das kommt so fake rüber. Hä? Komm, treffen wir uns in der Mitte. Wäre einfach, wer so ein drittes Team auf dem Server ist. Aber jetzt werden sie gekickt. Da werden sie gekickt. Hä? Wir müssen sie noch angreifen. Ja, richtig. Wir müssen nah genug ran. Die Pfeile. Lass gleich kurz Skype besprechen. Hä? Hä? Da mischen wir uns ja auf jeden Fall ein, wenn die sich gleich betteln. Hä? Wir können ja auch richtig hinterhältig einfach in der Hölle sein und dann aus dem Portal kommen und sie von hinten angreifen. Genau. Nö, ich würde einfach sagen in der Landschaft. So ist halt, dass wenn die Leute am Spawn kämpfen, dass sie, äh, naja, sich immer in der Hölle verstecken können. Das ist ein bisschen nervig. Hier war der Kampf von Mr. Moor. Ja, immer noch. Ja. Und da ist irgendwo die Mitte gleich da vorne, ne? Ich habe nur noch vier Fleisch. Wie viel hast du noch? Äh, zehn. Warte mal auf mich, Modano. Nicht, dass du hier... Ja, ich sehe schon das Portal übrigens. Habe ich was anderes zu essen? Das ist echt gerade doof. Hä? Ich würde dir am liebsten sogar Manu und Simon noch Bescheid sagen, dass einfach noch mehr Leute zur Mitte gehen. Hä? Aber, äh, warum... Hä? Warum besprechen die das im Server? Ja, einfach spontan. Die sind spontan. Aber ich würde es doch nie machen, wenn ein drittes Team zuhört. Ach was? Was kann schon passieren? Ja, genau. Ist ja nicht so, als... Die wollen bestimmt nicht kämpfen zum Dart. Und ich habe immer Angst, wie du und die ganzen Part lang. Ist ja auch so. Äh, ja gehen wir dann da hinten auf den Hügel, oder? Okay, nicht in die Hölle. Wie viel Zeit haben wir noch? Ach so. Ja, wir können in die Hölle. Gehen wir in die Hölle. Dann können wir da Sachen abbauen und machen wir wenigstens was Sinnvolles. Hast du ein Crafting Table dabei und Sticks? Ich habe Holz ohne Ende. Gut, dann kann ich. Ich habe nämlich keinen... Keine Spitzhacke. Das wäre etwas doof. Und hier ist keiner, der uns angreift. Sehr schön. Wir leben immer noch. Äh, wo lang gehen wir denn? Letztes Mal sind wir da... Alle sind immer nach rechts. Jetzt kommen wir gehen mal nach links. Äh, okay. Ja, hier war eindeutig noch niemand. Ja, es sieht so aus, als wäre hier nie jemand gewesen. Gehen wir mal ganz weit nach links. Graben wir einfach durch die Wand und fallen nach unten und sterben an Fallschaden. So spiele ich am liebsten wie eine Kraft. Ja, ja, ich weiß. Deswegen machen wir unseren eigenen Geheimweg. Ich habe keine Pickaxe. Ich habe eine Pickaxe. Wieso sagt es denn jemand, hey, am Ende? Axt. Ich weiß es nicht. Oh, da hat er uns eine scheiß Sprachfehler, der Krüppel. Hey. Hey. Nein. Nein, mach doch nichts. Nicht lang. Ich glaube, wir kommen hier nirgends raus. Müsst du mir Holz zuwerfen, dann kann ich mir eine Spitzhacke bauen. Ja. Okay, ich spreche es jetzt deutsch aus. Ja, dann sprichst du es wenigstens nicht richtig aus. Richtig. Aha. Guck, das Erz hat noch keiner geklaut. Ja, weil es noch niemand gefunden hat. Die machen jetzt Strip-Mining in der Hölle. Ja, richtig doof eigentlich. Ah, ich habe sogar noch eine Spitzhacke. Wie stand da unser Eisen eigentlich? Äh, hast du noch was? Wenn nicht, habe ich nur 37. Du hast alles. Okay, 37 Eisen haben wir. Das wollten wir eigentlich machen, Eisen fahren. Hier ist ein Tunnel. Wir sind nicht die Einzigen, die doof sind. Guck mal, wie ich die immer finde, ne? Ja, das ist deine geheime Power. Hä, wieso greift das nicht jemand anders denn in die Richtung? Boah, wenn der Lava gewesen wäre, ich wäre tot einfach. Ach, dann wäre ich halt tot. Warum machen wir das überhaupt? Warum machen wir das? Was? So gerade ausgraben in der Hölle. In der Hölle, wo man alles sieht. Da, guck mal. Der hat zehn Blöcke vom Ende aufgehört. Ach so, ein Noob. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, von wem der Tunnel war? Jena und Paluten. Ja, die werden jetzt gekickt. Das heißt, die kommen eventuell gleich wieder. Ja, achten wir jetzt einfach auf die Konfi. Ja, wir sehen es ja zeitgleich. Im In-Game. Hä? Ja, die kommen ja nicht jetzt rein. Die haben doch gesagt, die besprechen ihren Skype. Haben sie doch geschrieben. Ja, ich denke, dass sie gleich ihre nächste Folge einfach aufnehmen und dann kämpfen. Ja, aber die haben doch gesagt, die besprechen jetzt kurz ihren Skype. Ja, ja. Also kann es ja noch fünf Minuten dauern oder so. Ja gut, wir werden erst in fünf Minuten gekickt. Dann müssen wir ja jetzt gleich zurückrennen. Boah. Okay. Ein bisschen Erfahrung muss noch sein. Warum wollen die sich überhaupt battlen? Die sind doch beide noch safe. Ja gut, vielleicht einfach ein bisschen Action. Spannung. Mit der Arme. Wir töten einfach das überlebende Team, was angeschaut ist. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass sie in Skype besprechen. Dass sie dann sagen, ja warten wir noch bis Maudado und Zombie vom Server runter sind. Einfach um sicher zu sein. Weißt du? Ja, klar. Alter, Pigment renne ich in meine Spitzhacke rein. Gleich tötest du mich. Das wäre nicht schön. Ach, mein Essen geht schon wieder leer. Ja, meins auch. Das ist sehr, sehr suboptimal. Ja, können wir nicht einfach Kräuter anbauen, anstatt die ganze Zeit des Bambus? Nein, einfach mit, ach so. Ich hätte Karotten angepflanzt mit, ähm, Dings, ähm, mit, haben wir Bonemeal? Hast du noch Knochen im Momentar? Nö. Ja gut, hätten wir Bonemeal, dann könnten wir uns so schnell Essen machen. Hallo, Baby Pigment. Gib dich mal in Lava. Oh. Ert. Hat er mich angegrunzt, der Kleine. So, Level 23, ab 16 kriegt man ja auch viel langsamer. Gehen wir, gehen wir wieder zurück. Ja? Ja. Und wie viel Level hast du? 17. Oh, obwohl, dann kannst du eigentlich noch ein bisschen abbauen. Wir könnten auch direkt einfach hier verzaubern. Aber dann brauchen wir nicht so lange. Hier ist halt nirgends Platz. Ja, wir könnten jetzt direkt verzaubern, dann würde es sich für mich auch wieder lohnen, abzubauen, aber dann brauchen wir so lange, um wieder abzuhauen, also zum Spawn zu kommen. Ja, aber es ist ja noch nichts los. Die warten noch eh, bis wir rausfliegen. Ja. Wenn du es aufstellst, wie viel Zeit haben wir noch? Achso, ich muss sie aufstellen, ne? Ja. Ja, wir haben noch drei, vier Minuten. Dann verzaubern wir eben drei, vier Minuten. Äh. Aber das ist zu doof, die ganzen Verzauberungsbücher könnten wir dann nicht mitnehmen. Warte, ich schmeiß dir mal die Hälfte meiner Bücher zu. Baust du noch eine Kiste auf, falls du eine hast? Du hast die Werkbank gehabt. Äh, ja, die habe ich im Gang stehen lassen, weil ich keinen Platz hatte. Ach. So. Einmal Sharpness. Einmal Protection. Einmal Protection, sehr gut. Ich leck die Bücher einfach in die Kiste rein. Aber... Du verzauberst und ich leck die Bücher in die Kiste. Ein Fan... Oh, das ist schade. Och, ups. Das war ein fancy Buch. Aber... Protection. Äh... Protection. Protection. Protection ist sehr wichtig für unsere Rüstung. Effizienz. Sharpness. Sharpness. Protection. Das ist sehr produktiv. Sharpness. Sharpness. Soll ich die Bücher mal zusammencraften? Ja, kannst du machen. Okay. Sharpness. Sharpness mit Sharpness ergibt Sharpness 2. Gibt es mir noch wieder die Bücher? Sharpness 2 Diamantschwert mit Sharpness 2 ergibt Sharpness 3 Diamantschwert. Welches schon fast gleich viel Schaden noch mit meinem Eisenschwert. Wenn du mir die restlichen Bücher gibst, dann kann ich die auch noch verzaubern. Hä? Gibst? Alle Bücher sind hier drin. Sogar sortierte nach Ecken. Hä? Ich hab dir, glaube ich, die Hälfte von meinen unverzauberten Büchern zugeworfen. Achso, das meinst du ja. Klar, klar. Kannst du währenddessen... Ich mach einfach die Level 1er Bücher. Du kannst sie ja zusammencraften mit deinen Leveln. Äh... Sharpness 1 plus Sharpness 1 gleich Sharpness 2. Sharpness 1 plus Sharpness 1 gleich Sharpness 2. Sharpness 2 plus Sharpness 2 gleich Sharpness 3. Hast du kommen schon? Ja, das geht schon. Unsere Folge ändert in einer Minute. Ich hab jetzt ein Sharpness 3 Buch. Hast du noch Level? Ne, ne? Äh, doch ein bisschen. Kannst du das mit dem hier zusammenfügen? Mal da, du. Warte, ich... Hab ich genügend Platz dafür? Ich leg das in die Kiste. Sharpness 3, Sharpness 3. Äh, Sharpness... Sharpness 3 mit Sharpness 3. Kostet 7 Level, hab ich nicht. Ich mach's in mein Inventar. Ach, das sind gar nicht wer, die gekickt werden. Nö, das sind Dehner und Paluten, die draufgejunt sind. Ich hab beide hier wieder reingetan. Äh... Und in der Decke wär... Wär ein Level. Ich baue sie mal schnell ab. Wahrscheinlich kommt jetzt ein Gas und tötet mich. Benutzt einfach Clean Stone zum Hochstappeln. Jetzt hätten wir keinen... Ich hab nix anderes. Okay. So, jetzt werden wir gekickt. Ja gut, eigentlich haben wir genügend Folgen zum Voraufnehmen, dass wir da noch in die Mitte gehen können. Okay, jetzt kommen die. Dann nehmen wir unsere Folge auch gleich auf. Dann warten, bis wir gekickt werden. So, wir picken und lassen Maudado in Ruhe. Schauen die nicht so an. Da macht ihr nichts getan. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.